So was finde ich sehr nice und ich würde mir wünschen, dass solche Gimmicks auch Sony oder Microsoft mal machen würden. Dass man eine Karte mit einem zweiten Bildschirm hat und nicht immer auf den Monitor schauen muss, um jetzt zu sehen, wo geht's lang. Die Kamera registriert etwas. ZR, was? Ah, hi! Die Kamera obskura kann unsichtbare Dinge fotografieren. Ich frage mich, ob der Gabe gleich die Soka beim Wahrnehmen von Schatten verwendet. Oh, du. Ich glaube, ich soll den Spuren einfach folgen. Die Spuren gingen nicht da lang, also gehe ich da lang. Wo gingst du hin, mein Geisterfreund? Er trug eine Frau. Okay, der ging da rein. Hier war die ertrunkene Frau. Holzreste liegen am Ende des Ganges. Das Wasser muss sich hierher geschmült haben. In der Wand befindet sich hier ein Loch. Dadurch kann ich in den nächsten Raum sehen. Er sieht genau so überflutet aus. Ja, fangen wir mit klein an. Wir gehen auf Geisterjagd. Hier kann ich was überprüfen. In der Wand entlang des Weihers ist ein großes Loch. Das Wasser dort ist noch tiefer als sonst irgendwo. Ich sollte dem besser nicht zu nah kommen. Okay. Aber ich denke, du würdest es überleben, wenn du es spielen müsstest, Liz. Es ist zwar creepy, aber es ist so gut. Besonders der zweite Teil war sehr geil. Die Tür zum Schacht ist zugefallen. Das muss der Wind gewesen sein. Ja, genau. Es war der Wind. Hallo. Kamera. Die Kamera will gerade nicht. Hallo. Oh, toll. Jetzt ist sie weg. Nur weil die Kamera gerade grungesponnen hat. Ich finde, er ist auch so gut gemacht mit dem Aufheben. Oh, du bist doch scheiße. Lass los. Hallo. Das meine ich. Diese dreckig gerade Hände. Die haben mich schon in Teil 2 gestört. Hey. Guck mal da. Im Dunkeln winkt ne Hände. Hallo. Das sind wir im Keller. Ja, genau. Gehen wir mal näher ran. Ach, die sind schon echt schade. Alle Fetzer in diesem Gang wurden zugenagert. Der Typ geht da lang, deswegen gehe ich woanders hin. Tschüss. Ich glaube, ich glaube, das ist der Weg zu dem Ort, den Hesoka erwähnt hat. Ja. Äh. Äh, was? Renn, 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 renn. Wo ist dieses scheiß Ding? Da. Ich seh dich. Du bist kacke. Ja. Ey, jetzt nicht in die Wand gehen. Du willst doch. Ich sehe dich. Was ist letztendlich? Was ist das? Wow! Was? Hallo? Was willst du denn? Na komm Oh Gott, oh Gott, die dackelt auf mich zu Du Stirb du Geist, ach du bist ja schon wohl Geblitzgedienst, genau Holy Macaroni Was zur Hölle will Dieser Scheiß-Kack-Geister Aber ich muss sagen Die sind alle noch einfacher als in Teil 1 Boah, in Teil 1 habe ich die Geister gehasst Boah, gingen die mir auf den Geist Wo muss ich lang? Ja genau, da gehe ich jetzt nicht lang Kannste knicken Moshimosh Hallo Alter, wie hässlich, nein Tschüss Hier ist eine Stufe Und dieser Bereich ist mit Dielen ausgelegt Ich denke, dass es einmal eine traditionelle japanische Nische war Ich hasse Puppen Alter Boah In Project Zero 2 gab es ja eine Ähm, ein Geistermädchen mit einer Puppe Boah, war die creepy und nervig Na ja, Liz, ich muss dir nachher hinterher mal Noch erklären, wie man das mit dem, äh Züchten in Dragon Quest macht Ist auf jeden Fall nicht einfach Eine lange Prozedur Ich kann durch die Lücke zwischen den Brettern der Erde sehen Tiere blitzdingsen, was? Die Wände und Decke wölben sich und knarren beunruhigend Das ganze Gebäude muss unter Schutt begraben liegen Was soll schon passieren? Was soll schon passieren? Auch von den hübschen Assistenten muss mal ein Foto gemacht werden Mann in Finsternis Die Kamera registriert etwas Vielleicht kann ich etwas durch den Sucher erblicken Aber fotografieren muss ich es nicht Oder? Ich kann etwas sehen, aber... Ich kann etwas sehen, aber... Schnapp da eine Kamera und such nach dem Objekt Ja... Das dauert er nicht Das dauert er nicht Der Knopf Ich sollte lieber den Typ 7 Film nutzen Aber da passiert nichts Gibt es hier vielleicht noch mehr? Gibt es hier vielleicht noch mehr? Oder stehe ich falsch? Na komm schon Ich verstehe es gerade nicht Ich habe einen Unendlichkeitsfilm reingemacht Deswegen teste ich gerade aus Und es passiert nichts Du wolltest mich doch verarschen Im unteren Teil der Wand ist ein großes Loch Ich kann die Erde des Berges dort durchsehen Schnapp deine Kamera und such nach dem Objekt Ja... Ist doch das da oder nicht? Oder was soll ich denn sonst suchen? Oder was soll ich denn sonst suchen? Hast du vielleicht eine Antwort darauf? Aha So vielleicht? So vielleicht? Hm... Zu Fokus sehe ich das Ding zwar aber... Aber es passiert nichts Es passiert nichts Muss ich vielleicht einen anderen Knopf drücken? Oh nee, das war der falsche Hm... Ich verstehe gerade nicht was das Spiel von mir will Ich verstehe... Ich verstehe... Ich verstehe... Kannst du mich nur noch nach vorne Warum ich nicht? Ich verstehe... ... Ich verstehe... Halte ZR neben dem zu berührenden Objekt. Nein! Ich bin gerade ein bisschen verwehrt. Ich bin gerade ein bisschen verwehrt. Warum funktioniert das nicht? Ich weiß nicht, was ich dann machen soll. Hmm. Oha. Ah, was? Jemand kann es so gut verspeichern. Antomen enthöhlen. Schnapp deine Kamera und such nach dem Objekt. Ah, falscher Knopf. Und jetzt? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich es fotografieren? Ach, ich gehe weiter. Spiel kann mich mal. Nee. Gibt es nichts. Ich gucke nach. Sorry, aber ich habe gerade keinen Plan, was ich da machen soll. Total verwirrt und so. Das ist so. Und... Vielen Dank.